Oh mein Gott Leute, ihr seht schon direkt im Hintergrund Leute, wir sind weg Leute, oh mein Gott, aber ihr seht schon oben, Raubabzug Leute, wir fighten jetzt hier direkt mit Leuten, ich hab diesen Effekt von dem da, ich bin hier einfach rumgelocken und auf einmal seh ich das und denk so, alter, müssen wir ihn schnell holen, oh mein Gott, hä? Ich glaube, das ist hier, aber Die Karte. Oh mein Gott, jetzt habe ich den mit den Kills, und der hat nen Toten, Yo man Leute, ich hab nen Toten, oh mein Gott, ich hab nen Toten, ich hab negotiate, ich hab000 t parade, das ist die Aufmerksamkeit, ich hab idee die outline des Balls und ich hab das auch bewusst, Leute, auf jeden Fall ähm ja Leute, ich zeige euch heute was ich ähm ich habe zwei Tage lang nichts aufgenommen und zeige euch was ich so gemacht habe ihr seht ja wie voll diese Kiste eigentlich ist Leute und Leute heute ist mein Künstler und dann kann ich mir auch von diesen macht das nämlich auch so Dinger und dann habe ich mir schnell ein Schmied geformt aber Leute und dann kann ich mir auch von den Künstler und die Künstler Und jetzt noch eine Übergung. Ok Leute, ich bin jetzt unten und wir machen das jetzt erstmal alles in die Kisten, was ich gerade nicht so brauche. Jetzt machen wir mal wieder hier rein. So, dann machen wir das hier. Dann machen wir das hier mal zurück. So. So, dann machen wir das hier mal zurück. Ja, aber eigentlich nur ich das hier mit so Schwarzballöl ist sehr mächtig. Ok Leute, seid ihr bereit auf eine Full Netherite Equipment Full Netherite? Bist du mich? Ok Leute, wir fangen damit jetzt an. So, dann machen wir die Kamera dazu. Von Full Netherite Equipment Full Netherite. Ja, wir fangen, wir machen hier erstmal das hier rein. So, den Held. Boom. Boom. Die Hose. Boom. Und die Schuhe. Boom. Boom. Jetzt, also das ist ja, das ist die Geile. So. Boom. Und der letzte Mal haben wir mit dem. Boom. Ohi. Wie kackt man echt. Ich will jetzt erstmal gucken, wie die aussieht. Aber die verdoppeln wir direkt. Dabei brauche ich viel Schwarzstein. Jetzt hole ich kurz den Simmelzeichen. Jetzt gleich. Okay, Freunde. Wir sind hier so. Man testen wir so. Und wir können schon mit dem, was man hier scheint. Okay. So. So. Ja, und so. Dann machen wir eine wieder hier rein. So. Ja, und so. Und dann machen wir eine wieder hier rein. Ok Leute, ich mach das jetzt auch noch so, jetzt hab ich den, warte wir machen das einfach ganz einfach. So, wir nehmen das Ding einmal mit. So, ähm, wir machen das jetzt so. Ähm, was hab ich jetzt vergessen? Ah, jetzt probieren wir die Farbe. Warm, Leute. Warm. Okay Leute, ich bin auf eine Idee gekommen. Und natürlich, ich zeig's euch jetzt, wir machen das hier so und wir machen Quarz rein und zack, zack, zack und bam Leute, ich zieh mich an, ich zensier's. Leute, seid ihr bereit? Also ich mach jetzt hier mal erstmal mein Inventory ein bisschen leer. So. Ich bin so gehypt. So. Diamanten kommen auch wieder rein. Ich mach das hier mal so. Bis jetzt so. Okay Leute, seid ihr bereit? Eins. Zwei. Und Leute, ihr seht, ich seh mächtig aus. Und ich fühl es. Außer der Helm gefällt mir noch nicht so krass. Aber Leute, ihr gefällt es alles andere Leute. Lasst ein Like und ein Abo da Leute. Würde mich sehr freuen. Leute wissen, auf die Route, auf die 4000 Abonnenten und natürlich auf den Ender Drachen Leute. Ich hab Bock Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Aber Leute, wenn wir den Ender Drachen Musik haben, wird dieses Projekt noch nicht Ende sein. Sondern, ich werde noch ein bisschen, ähm, ich werde Farmen bauen. Ich würd alles machen. Wir erkunden immer die ganze Welt Leute. Und alles Leute. Deswegen, wenn wir ein Elite haben, heute mit Trust. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt hätte ich schon mal gesagt, haut rein, tschau mal auf. Peace out.